Wenn jährlich in Hannover der weltgrößte Industrieausstellung ihre Torten öffnet, präsentiert die Bundesbahn stets von Neuem einen Schlager ganz besonderer Art. Direkte Zugverbindungen bis ins Messegelände. Annähernd 40.000 Besucher honorieren diesen Vorzug mit einer Reise in modernen, schnellen Zügen. Das Angebot umfasst 180 Direktverbindungen aus und nach allen Teilen Deutschlands. Hannover Messe, internationale Industrieausstellung. Das ist ein faszinierender Schauplatz technischer Superlative, Sammlungs- und Strahlungspunkt von weltweiter Bedeutung. Dem Auge bietet sich ein wahres Eldorado glänzende Errungenschaften von Forschung und Technik aus unzähligen Gebieten industrieller Fertigung. Wo auch immer man sich hinwendet, überall Aktivität, Dynamik und kaufmännische Initiative. Es geht um die Gunst des Käufers. Denn darin liegt der Sinn einer Messe, im Wettbewerb des reichen Angebotes zu bestehen und dem Produkt einen Markt zu erschließen. Und zwischendurch einmal ein kühles Bier, das kann nichts schaden, schließlich fährt man mit der Bundesbahn nach Hause. Ab Messebahnhof, versteht sich. Nur wenige Minuten von hier. Die Messe ist zu Ende. Die imponierende Szenerie der vergangenen Tage wechselt über Nacht in ein anderes Bild. Schwergewichtige Objekte hängen in den Kränen und kehren zurück zu den Produktionsstätten des In- und Auslands. Musik Die Bundesbahn ist wieder mit von der Partie. Wie beim Aufbau. Sie stellt Spezialwaggons auch für die schwersten Brocken. In diesem Jahr zählten wir im Messegüterverkehr 1300 Wagenladungen. Hintereinander gereiht, ergebe das einen Güterzug von gut 17 Kilometer Länge. Musik